Floretta, gratuliere auch dir ganz herzlich zum Weiterkommen in mein Auto Zürichwahl. Danke vielmals. Erzähl uns mal etwas über dich. Also ich bin Floretta Prischa, ich bin 20in, wohne in Luzern und arbeite bei der Comax AG in Thieriken. Und was war der Grund, dass du dich hier angemeldet hast? Also auf jeden Fall, dass ich viele Erfahrungen sammle in diesem Jahr und auch mit vielen Mitmenschen in Kontakt komme. Das darfst du auf jeden Fall haben. Solltel Solltel Vielen Dank.